Leute, es ist soweit, ich gebe jetzt die Gewinner für die Coins bekannt. Ganz, ganz wichtig, vergesst nicht so schnell wie möglich euch zu melden, denn die Global Series, die stehen an, meine EA-Kontakte werden dort auch vor Ort sein. Deswegen wäre es schön, wenn ihr euch möglichst spätestens Mittwoch meldet, wenn ihr die Coin-Codes vielleicht Mittwoch oder spätestens Donnerstag noch haben wollt. Ich werde maximal bis Donnerstag warten, wenn sich bis dahin niemand gemeldet hat, muss ich leider jemand anders wählen, damit die Coins schnell rausgehen, weil es soll ja auch Sinn der Sache sein, dass die Coins für das aktuelle Event möglichst rausgehen. Was ihr im Endeffekt damit macht, bleibt natürlich euch überlassen, aber alle drei Gewinner bitte meldet euch so schnell wie möglich per Instagram und schreibt bitte nochmal rein, auf welcher Plattform, weil ich habe nicht die kompletten Kommentare. Nur bei einem sehe ich, welche Plattform das ist, bei einem habe ich es glaube ich noch grob im Kopf, aber ich habe das zu schnell weggedrückt und du siehst dann halt den Dings nicht. Du musst den kompletten Kommentar auf YouTube öffnen, um den kompletten Kommentar zu sehen. Wir kommen jetzt einfach mal zur Sache. Vegeta gewinnt 1000 Coins. Er schreibt, die neue Map ist ganz okay, der lügt, aber ein bisschen argsperrlich verteilt, gebe ich dir absolut recht. Die neuen Balken über den Köpfen hätte doch kein Mensch gebraucht und so weiter und so fort. Schreib mir bitte, auf welcher Plattform du spielst. Ich habe den kompletten Kommentar zwar gelesen, aber ich habe jetzt völlig vergessen, auf welcher Plattform du spielst, weil ich glaube ich drei verschiedene Plattformen habe oder zwei verschiedene Plattformen. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, die neue Map und die Balken über den Köpfen, es ist irgendwie geil, aber ich finde, das nimmt den Leuten noch mehr das Nachdenken. Also ich hätte es auch nicht unbedingt gebraucht, wobei es trotzdem schon recht nützlich ist. 6.700 Apex Coins gehen an Real Smetal. Giveaway finde die neue Map mega, ist echt nice designed und auch gut spielbar. Ich spiele auf PC, ganz klar, du spielst PC, das sollte soweit klar sein. Melde dich per Instagram bei mir, würde ich mich auf jeden Fall oder du solltest dich darüber freuen, ist klar. Aber ansonsten, ja, die Map ist schon sehr geil, aber ich finde sie trotzdem mega, mega anstrengend. Und 11.500 Coins gehen an Chakal. 8 to 0. Ich finde diese Season eher belastend. Ich gebe der Season eine 5,5 von 10. Hashtag Giveaway. Ich verstehe jeden, der die neue Season geil findet. Ich verstehe aber auch jeden, der sie belastend findet. Gerade die neue Map rankmäßig ist wirklich ein bisschen anstrengend. Man muss sie erst mal kennenlernen. Auch der Vorgänger sagte schon, Loot spärlich verteilt. Ich finde es immer noch ziemlich anstrengend, wie viele Gebäude überhaupt gar nicht betretbar sind, die du kilometerweit umlaufen musst, wenn du irgendwie falsch rotierst. Auf jeden Fall, Chakal, herzlichen Glückwunsch für 11.500 Coins. Auch du, schreib mir bitte nochmal welche Plattformen und meldet euch bitte wirklich so schnell wie möglich, damit ihr auch wirklich spätestens Donnerstag eure Coin-Codes behaltet, bekommt. Es kann aber dennoch sein, dass es einen kleinen Delay gibt, weil meine EA-Kontakte vielleicht schon ein bisschen früher in Mannheim sind. Das weiß ich nicht. Ich habe mit dem Giveaway leider ein bisschen spät angefangen. Hätte schon ein paar Tage eher eigentlich sein können. Deswegen versuche ich aber, dass ihr spätestens Ende der Woche, Anfang nächster Woche die Coin-Codes bekommt, falls ihr sie für das aktuelle Event noch nutzen wollt. Also herzlichen Glückwunsch an alle drei Gewinner. Bitte sehr schnell melden auf Instagram zum 80. Mai jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich freue mich auf Mannheim. Ich freue mich auf die Global Series. Ich glaube auch nicht, dass ich bis dort nochmal irgendwie ein Video veröffentlichen werde, weil es gibt einfach nichts zu erzählen. Leider Gottes. Sehr, sehr große Flaute mal wieder seit ewigen Zeiten. Also ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns in Mannheim. Wäre richtig geil. Bis dahin und macht's gut. Ciao.